Und wir sind Team WIRT! Liebes Publikum, ihr fragt euch, wieso ihr für uns abstimmen sollt. Ja, hey! Ein Konzern mit 400 Gesellschaften. Du musst es erst einmal verstehen. Wir sind nicht noch hinter dem Sweep-Tisch gesessen. Nein, wir Büro-Gummis sind sogar auf Deutschland zum Hauptsitz. Genau, und dort waren wir nicht nur zum Spass. Wir haben Interviews geführt mit diversen Experten und haben das Logistikzentrum der WIRT angeschaut. Wir BWL-Studies haben nicht nur eine theoretische Arbeit abgeliefert. Wir haben einen funktionierenden Prototyp einer Einkäuferplattform programmiert. Und dieses Projekt ist jetzt nicht einfach für die Schaubladen, sondern der WIRT wirklich weiterverfolgt und sehr konkret. Wir wollen auf das Segelboot! Darum Voten für uns! Voten Sie jetzt für das Team Nr. 6 WIRT Finance International BWI.